hallo und herzlich willkommen zu skyfactory 2 ihr seht es schon neben mir der techler ist auch dabei hallo ja das ist meins das ist meins okay dann ist das von deinem sohn keine information nach draußen bitte okay ihr habt es nicht ja hey warum brennt das hier okay es bringt nicht mehr ich war ja dabei ich war ja dabei eine energiequelle zu machen eine energiequelle hier ist mein lover ich brauche erstmal was zu fudern weil ich bin irgendwie gerade out of month 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 okay was gesagt gay und gay habe ich gesagt ein essen ist auch g mit der dritte moment für mich doch nene heuer oder ich habe mich schon wieder drin los ist ne was denn was 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 erzähl mir was er hier bei uns ist los wenn du dann nur mit einem ding von der will ja ich bin aber eben zu sagen weil ich brauche glas ist mal eben sand okay Nein, Glas am Farm, weil ich brauche ganz viel Glas. Okay, elfmal Glas. Oh, take light. Wie ist es jetzt so? Wie ist es jetzt so? Noch fein. Viermal. Shit, wie war das jetzt nochmal? So. Und Red Star. Ja, vier Stück. Und wir brauchen noch vier Stück. Läuft. Oh, das ist so so beautiful, ne? Facts? Könntest du mir gleich bitte mal helfen? Nein. Danke. Sowas fangen wir hier gar nicht erst an, ja? Nein, bitte nicht, bitte nicht. Bitte nicht. Das wäre auch ziemlich neu, ne? Echt mal. Ich... Ah, fuck, Idiot. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ich weiß. Gravel. Ich brauche noch viel mehr Aluminium. Mal wieder Aluminium. Läuft. Du, ich habe hier übrigens Aluminium reingepackt, ne? Hast du die schon gesehen? Ja, hast du schon... Ne, hier sind noch zehn Aluminium. Bearbeitet? Ja, fertig. Fertige Barren. Wow, geil. Warum lässt du mich hier fahren? Das ist nix. Rede mit mir, mein Sohn. Rede mit mir. Nein, hier in der Kiste. In der mittleren. Ach, in der mittleren. Ja, warte. Zweite Reihe oben links. Oh, du bist ein Goldschatz, Mann. Ja, ich weiß. Oha. Immer diese erotischen Sachen zwischen uns. Ah, du bist richtig awesome, Mann. Und ich dachte schon, ich muss jetzt so lange fahren. Du brauchst mir nicht sagen, dass ich... Weiß, dass ich... Scheiße, ich muss doch noch fahren. Wir hatten doch irgendwo noch Better Barrels. Ja, vertute ich mich da gerade. Du verdutest dich, du Schätzelein. Wir hatten so viele schon. Warte mal, warte mal. Was? Hast du gerade erzählt, das sind deine? Torches, ja. Hey, ich hab'n gegeben. Das wundert mich jetzt. Du Arschloch. Entschuldigung, wir wollten ja keine Beleidigung. Genau, du Sohn deiner Mutter. Nein, ich spring jetzt nicht runter. Ich war nur gerade ein bisschen erschrocken, weil du mich voll beleidigt hast, dass du mir voll eine gegeben hast. Das war voll der Diss, also ein richtiger Diss. Oh yeah. Diss wurdest du noch nie. Wie viel brauche ich denn jetzt noch? Noch ein... Ach nee, ich brauche ja gar nichts mehr fahren. Oh yeah, oh yeah. Dank Teichlein. Das freut mich schön. Oh yeah. Ja. Einmal, einmal ist das schön wegen ihm. Ähm, ja, ich muss mal was gucken. Brumm, 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 brumm. Ach, hast du deine Steinzeit-Tastatur wieder rausgeholt? Ich bin gerade am gucken. So, hab ich hier... Ich hatte hier doch irgendwas fertig gemacht mit zwei Redstone und Gold. Wenn ich jetzt nur wüsste, wo ich das liegen gelassen hab. Hier noch auf dem Tisch? Nein. In der Kiste? Nein. In der Kiste? Auch nicht. Ähm, warum liegt hier Gold drin? Ich bin... Ich bin gerade... Ah ja, immer mit der Lug. Guck du, guck du. Äh, äh. So, ach shit, ich brauche ja ein Gold. Ich bin mir sicher. Ähm, frag mich mal so, und dann sag ich's dir. Äh, ich suche eine Pipe. Ja. Mit der ich, äh, Sachen aus der Mobfarm... Transportpipe. Von Extra Utility. Oder nimmst... Ja, ich weiß, Transferpipe. Oder du nimmst direkt die von... Ender IO. Van ENDER IO gibt's auch Item Duct. Die sind noch besser. Äh, nee, das ist, äh, Item Conduit. Äh, Item Conduit. Genau, Item Duct ist ja Flüssigkeit. Flüssigkeiten? Ne. Dann brauchen wir aber einen Alloysmelter. Ja, den kannst du ziemlich schnell eigentlich bauen. da guck ich mal was dieser leute du kommst dahin die stelle ich jetzt so hin hierhin auch eisen ja ja schon mal was ich jeden jetzt schönes schon erbaut habe ich leid leg dich mal schlafen biete ja im moment aber wo baby das hat ja gar nicht gesund angehört du rauchst du rauchst ja auch ne guckt er kriegt jetzt power ja der krieg brauche sich ein bisschen langsamer ja lasst uns erst mal ein bisschen speed machen ja ich sehe der hat der hat der ice habe ich schau ich mal die konnte die ja die transfer pipes die ziehen automatisch nicht dass ich wüsste ja der kann dann einfach erstmal ein bisschen arbeiten dann können wir uns um andere sachen erstmal kümmern hau ich die scheiße noch mal runter dann haben wir wenigstens bisschen was automatisiert ist zwar jetzt noch nicht over poch wollte ich gerade sagen so ja ich das jetzt aber weil das das braucht aluminium der befehl aber das item sagt von ender io ja item sagt ja wenn ich mich nicht ich glaube gibt es genau das habe ich gemeint das brauchst du aber das zieht nicht aber da kannst du einen klick machen und der zieht das dann raus dafür brauche ich hartet glas dafür brauche ich einen jones smell ähm dieses poor ingrow ne dafür brauchen wir das haben wir nein durch den lootpacks bekommen wir das äh wie heißt das prusatting ingrow keine ahnung schau gerade das in der mitte das müssten wir in der linken kiste haben und das andere ist so leicht gemacht gravel sand und clay oh wir haben äh ender alloy warte ich zeig mal ganz ja nein wir haben es wir haben es ne und wenn du jetzt mit gravel und den anderen scheiß machst dann geht das doch dann hast du das ruckzuck fertig oder du nimmst die einfache variante machst transport pipe dann gibst du unter terminal expansion da sind solche komischen rechtecke mit roten fallen drin die musst du leider einsetzen hierbei mit dem mit dem ähm mit dem äh ist das denn ja bitte ähm ich bin so stolz und ich bin so stolz drauf wir haben endlich was automatisiert das ist im conduit ja bitte das zieht aber automatisch ja das zieht automatisch das äh da brauchst du kein redstone signal kein gar nichts okay äh dann brauche ich gravel sand und clay ach das ist ja easy ja viel spaß beim fahren easy 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 ich mache gerade eben den autonome activator voll mit gravel ich brauche noch mal ich nehme einfach zwei diamanten ja klar du verschwendest hier unsere diamanten läuft bei dir äh was hast du nochmal für ein hammer? Holz ne? holz haben wir die ganze zeit schon hallo also würde ich diamant hammer haben ja stimmt wie komme ich denn nur da? ja also bitte ähm Techlight wie machen wir das jetzt wollen wir jetzt wirklich alle fünf folgen lootpacks öffnen oder sollen wir die jetzt auch zwischendurch öffnen weil wenn das jetzt gleich hier alles mit den conduits und sowas funktioniert dann können wir das von mir aus auch okay so der ist doch ordentlich am abkühlen dann kann ich die kiste schon mal alles mitnehmen wow warum machst du das nicht nach oben hin? nein ich habe nur noch ein herz und du hast ein herz ja wo nicht mich selber äh ich werde dann gleich erstmal diese komischen fließbänder machen für unsere mobfarm die balts die balts genau brauchen wir doch nicht mehr nein noch besser äh Techlight ich kümmere mich um Tinker's Construct wenn du da nichts gegen hast also nur zum aufbauen weil dann können wir und so mehr äh die doppelte menge von den Ressourcen bekommen boah wir haben hier du stehst im Weg nimm mal bitte ein Stück an die Idee hier kriegst du ne Lampe du sollst ein Stück an die Seite gehen ich bin noch zur Seite gegangen jetzt stehst du da wieder im Weg ja Mensch die einfach ein Stückchen näher ja so ist man so kannst du stehen mir was haben wir denn noch hier Silber das kann doch schon mal alles brennen damit wir wenigstens ein paar Sachen haben Gold oh warum habe ich hier Glas schmeißen wir einfach mal so der reist weg jetzt kriege ich den Scheiß Techlight du schmeißt mir den ganzen Scheiß hin Glas nimmst du das mit oh ein Steck Sand so viel brauchen wir da jetzt am Anfang auch noch nicht von ne ist egal egal was wir haben können wir gut gebrauchen doch machen wir alles was fertig ist Diamant immer in der Pan tue ich alles über diese einen Kiste hier ne mach du mal genau naja du schaffst das schon wie immer alter ne du standst mir im Weg sorry ganz außen rumlaufen aber der ist jetzt wenigstens am Farmen hier dann was warum mach ich denn jetzt noch ok was haben wir denn körper schon ein bisschen machen das zu das komm her komm her komm her hab's dir gegeben man hab's dir gegeben man wow verzieh dich oh yeah ja aufsammeln Holz brauche ich erstmal nicht hier macht der Iron los 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 beeil dich ein bisschen wir haben ja nicht die ganzen Tag Zeit nö richtig so dann fangen wir mal an zu kraten dann fangen wir an zu kraten das kann da rein so das brauche ich auch nicht das brauche ich auch nicht Tinkers Construct war Clay Sand und Gravel ne hey ich hab hier Sand gefunden 32 hey ich hab Gravel gefunden das ist ja das nämlich auch mit da hinten zum Pulverisieren ok das kommt hier auch rein so und dann ok voll mit Energie man was wollen wir mehr was wollen wir mehr ah das ist so geil Techlight ich weiß dass ich geil bin immer diese selbstverliebten haha hör auf zu lügen du liebst mich doch auch was weißt du am liebsten würde ich jetzt so ein bling einfach so ein Bild mit reinfügen weißt du so ne Visage von mir äh von dir oh yes 24 Ender Conduit ich weiß nein ich hab den Enderman angeguckt ok ich hab einen Schlag tot oh du hörst dich aber echt ein bisschen erkältet da mein Freund ne ach ach das war ja da das war ja hier das kann ich schon mal schmelzen lassen was brauche ich noch ich brauche ah shit ich nehme ja doch das was da raus oh super fünf Stück einen Eimer wo haben wir den mein Freund also erledigt hab den Eimer danke für die Information ja bitte immer wieder gerne Bäumelein Bäumelein gehst mal auf den Keks ok alter ja bitte und das war's auch schon wieder für diese Folge nein jetzt sag nicht nein Minecraft Sky Factory 2 wir sehen uns in der nächsten Folge wieder schaltet wieder dazu ein da 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 dazu ein wenn es wieder heißt zwei Trottel in Minecraft tschau tschau bis